Sex und Enthemmung in der klinischen Psychiatrie. Wenn die Leute, gerade wenn sie wahnhaft sind, wenn sie in einer Manie sich zum Beispiel befinden, sind sie häufig sexuell enthemmt. Ich persönlich finde, dass das Thema Sexualität generell mehr thematisiert gehört im Rahmen der professionellen Pflege, gerade im Bereich der Langzeittherapie. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, sondern heute geht es um Sexualität im stationären klinischen Setting im Rahmen einer Behandlung in der Psychiatrie. Nun, was kann dazu führen, dass die Leute enthemmt sind? Natürlich ganz klar die Grunderkrankung, wie beispielsweise schon genannt, die Manie ist da häufig zu nennen, diverse wahnhafte Sachen natürlich. Aber das werden wir alles mal im Rahmen von Krankheitsbildern besprechen. Was jedoch wichtig ist, ist zu sagen, dass gerade wenn die Patienten oder Patientinnen sexuell enthemmt sind, dass man sie vor sich selber schützen muss. Allerdings auch natürlich die Mitpatienten und das Personal schützen muss. Häufig wird so etwas wie ein Beziehungswahn entwickelt, also sprich die Patientinnen denken, dass sie mit Person XY so etwas wie eine romantische Beziehung führen. Das muss allerdings nicht auf gegenseitiger Basis verlaufen, aber im Kopf ist es so abgespeichert. Und ja, da kann es durchaus zu gefährlichen Situationen kommen, weswegen man da auch stets ein Auge drauf haben muss. Es gibt natürlich auch Medikamente, die eine enthemmende Wirkung haben können. Benzodiazepine beispielsweise, ganz klassisch in der Gerontopsychiatrie das Lorazepam. Also es wird ja nicht nur im geriatrischen Bereich angewendet, aber gerade bei geriatrischen Patienten kann es halt zu einer enthemmenden Wirkung kommen. Oder da ist es bekannt, dass es häufiger einen enthemmenden Effekt hat, was sich dann in sexuellen Gesten zeigen kann. Das muss man dann halt einfach beobachten und die Patienten dann natürlich vor sich selber schützen. Es kommt natürlich das öfteren vor, dass Patienten, die zum Beispiel dasselbe Alter haben oder eine ähnliche Lebensgeschichte, dass die dann sich zueinander hingezogen fühlen und dann so etwas wie eine Romanze sich ergibt, was normalerweise ja natürlich was Schönes wäre, absolut keine Frage, aber im stationären Setting einfach nicht gut ist. Das ist einfach auch aus dem Grund, die Personen befinden sich ja während des Aufenthalts in einer Ausnahmesituation, also in einer emotionalen und in einer psychischen Ausnahmesituation. Und da ist natürlich das etwas komplett anderes, als wenn man sich unter Idealbedingungen außerhalb der Psychiatrie kennenlernen würde. Beispielsweise, was auch des Öfteren vorkommt oder was ich in der Vergangenheit einfach schon mehrfach erlebt habe, ist, dass Dankbarkeit dem Pflegepersonal oder auch dem medizinischen Personal gegenüber mit romantischen Gefühlen verwechselt wird oder assoziiert wird und sich das dann auch in dem Bereich in eine etwas komische Richtung seitens von den Patienten entwickeln kann, wo man dann auch ganz klar Grenzen ziehen muss und den Leuten auch erklären muss, dass das halt so nicht funktioniert, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Insbesondere, was sexuelle Beziehungen zwischen den Patienten während des Aufenthalts angeht, ich meine klar, was draußen passiert, das kann man nicht kontrollieren, das ist auch gut so. Aber während des stationären Settings, da ist es mir auch schon mal passiert, dass ich bei einem Rundgang im Nachtdienst zwei Patienten voneinander trennen musste, also einen von einer Patientin runterziehen musste. Beides geschah zwar im gegenseitigen Einvernehmen, jedoch waren beide auch im Nachhinein heilfroh, dass ich das Ganze unterbunden habe, einfach weil beide Knalle manisch waren und das ansonsten nie dazu geführt hätte. Und genau das ist auch das Wichtige, was die professionelle Pflege in der Psychiatrie in diesem Kontext betrifft. Man muss die Leute einfach hin und wieder vor sich selber schützen. Und man muss auch das Gesamtbild immer im Auge behalten. Also wenn jemand das niemals so im normalen Zustand machen würde, dann ist es halt auch einfach ganz klar. Plus, dass es auch eine sehr gute Übung für die Patienten ist, ihre eigenen Impulse zu kontrollieren bzw. zu steuern. Weil, ja, wie sieht das reale Leben aus tatsächlich? Also man kann auch nicht sonst immer und überall Sex haben, wenn man es vielleicht gerne gerade haben möchte. Und so ist es dann halt auch in der Psychiatrie. Da muss man halt seine Impulse auch mal ins Hauen halten können. Ja, ja, die Liebe, Liebe. Wir erinnern uns an die Bedürfnispyramide nach Maslow. Sexualität ist ein absolutes menschliches Grundbedürfnis. Es gibt sein statistisches Grundbedürfnis. Vielen Dank.